Hallo und willkommen zu einer Sonderausgabe von iTechDsNews. Ja, diese Woche gibt es keine normalen News, sondern eine News Edition. Ja, das klingt gerade irgendwie komisch, aber egal. Ja, ich werde euch hier alles über die gestrige Apple-Kinuit erzählen. Ja, da hat ja Apple viele Neuheiten vorgestellt und ein paar überraschende Dinge. Ja, dann fangen wir gleich von vorne an. Natürlich kam es jetzt Tim Cook auf die Bühne, hat ein paar Zahlen erzählt, wie zum Beispiel 9 Millionen iPhones am ersten Wochenende verkauft wurden. Und ja, also ich möchte den Zahlen nicht zeigen, ich gehe gleich lieber auf die Produkte ein. Ja, dann hat er angefangen mit Mavericks, äh, Mavericks, ja genau, mit einem Mac OS X. Und da kam dann Crash Play the Rookie drauf und hat ein paar Demos gezeigt und hat dann auch überraschenderweise, ähm, also erstmal gesagt, dass Windows 8 zum Beispiel 199 Dollar kostet. Und das MeroWix zum Beispiel jetzt, Achtung, gratis ist. Ja, das neue Betriebssystem ist gratis. Das, also das haben, das war echt überraschend. Aber, ja, dafür sind die Geräte teurer als bei Windows. Gut, ähm, was steht denn hier noch so, genau. Dann, ähm, ging es um den Macs, Macbooks und so, und da wollte natürlich auch das Mac, ähm, Macbook Pro mit Retina, Display geupdatet. Ja, das 13 Zoll Modell ist sogar leichter geworden und dünner. Und ja, hat also neue Prozessoren bekommen, diese neue Intel Prozessoren, Haswell, ähm, neue Graphics hat von Intel, diese, ähm, Iris, ähm, Graphic Card von Intel, was, ähm, eingebaut ist im Prozessor. Ja, Akku soll länger halten, dank MeroWix. Da, ja, da, ja, da ist im System da irgendwelche Optimierungen vorgenommen wurden. Und ja, ähm, Preis war rasch, weil, ähm, naja, gesunken. Damals 1.499 Dollar, bzw. 1.499 Euro. Jetzt nur noch für das 3.2.299 Dollar, bzw. Euro. So, ja, ähm, entschuldigt mich auch noch grad ein bisschen drüber, wenn ich hier ein bisschen stossere, ich kann meine eigene Aufschriftliste nicht mehr lesen. Gut, ähm, dann geht es weiter, was hat, genau hier. Ähm, dann kam das 15 Zoll Modell, hat auch neue Prozessoren bekommen. Und, ähm, 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 die neue Intel Crystal, wie die Dinger heißen. Und ja, ähm, Preis, statt 2.199 Dollar, bzw. Euro, jetzt noch 1.999 Euro. Ja, das finde ich gut, weil ich mir jetzt sowieso mal irgendwann ein MacBook Pro Retina zulegen wollte, da der Preis grad schön gesunken ist. Das muss ich mir überlegen. Ähm, so, dann haben wir die MacBooks abgehackt, gehabt, gehabt, äh, gehabt, muah. Und ja, dann geht es weiter mit dem Mac Pro. So, das wurden eigentlich die Informationen, ähm, darüber erzählt, das Ding kann bis zu Zwift kennen, haben die neuen Intel C und Prozessionen, echt krass. Combat Flash, also maximal 1TB, äh, auf, oder maximal, ich glaube schon, 1TB Festplatte. Dafür ist das Ding halt auch extrem kleiner als der Vorgänger. Das, ähm, 2 Grafikkarten, ich glaube, echt krass, 2 Grafikkarten sind serienmäßig dabei. RAM bis zu 64 GB. Auch, das sind auch die schnellsten RAMs, die jemals verbaut wurden, so wie der schnellste CPU. Oh, schon ein letztes Teil. Der Preis ist ein bisschen hoch, obwohl, eigentlich, war schon klar, dass der Preis sich irgendwie in dem, ähm, Bereich befindet. Gut, ja, ähm, Kosten tut das Ganze nämlich 2.999 Dollar. Wird wahrscheinlich in Euro auch 2.999 Euro sein, jo. Gibt's ab Dezember. Und, äh, mir fällt gerade ein, dass ich zu Merowix auch was sagen wollte, ab gestern erhältlich. Ich sag immer, heute auch, was war der heute auch, ich nehm's davon, ich nehm's, äh, egal. Gut. Dann ging's weiter mit, ähm, iWork und iLife. Die wurden auch abgededitelt auf iOS-SIM-Dieser, haben neue Funktionen bekommen. Ähm, gab's Demos für iOS und Mac OSZ natürlich beide. Und die sind beide kostenlos, wenn man sich ein neues Gerät kauft. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das neue, neues MacBook Air kaufe, äh, MacBook Pro kaufe, oder neues iPhone, iPad, iPod, dann bekomme ich die kostenlos. Ja, also, wie gesagt, iLife, iWork neu. Und iWork in der Beta, ähm, ja, das wird auch nochmal abgededitelt. Das kann man nämlich, ähm, Collaboration tun, also Zusammenarbeit. Also, ich könnte ja zum Beispiel ein Dokument bearbeiten, an einem anderen PC, das wird automatisch synchronisiert, am, unter anderem, am anderen PC-Ende zieht es auch, was gerade direkt aktualisiert wurde. Jo, dann war's das auch schon, jetzt kommen ja eigentlich so die Highlights. Jo, zwei neue iPads. Na ja, dann fangen wir gleich mit dem, mit dem großen iPad an, wie auch Apple das tat. Jo, das iPad, was vermute ich iPad 5 heißen sollte, hat einen ganz anderen Namen bekommen. Das Ding heißt nämlich jetzt iPad Air. Was ich natürlich, was ich persönlich sogar schöner finde. Und ja, das Gerät sieht verdammt gut aus. Also, das Design ist halt so gut wie das selbe wie das iPad Mini, aber auf so einem größeren Display und dieser Dünn, ähm, dieser Dünnheit sieht es echt krass aus. Ja. Ähm, ja, dann ein paar Daten vielleicht noch. Ähm, übrigens, Tim Cook hat ja mal gesagt, dass dieses Jahr noch eine neue Produktkategorie kommen soll. Ich bezweifle mal, wann die kommen soll. Ich denke nämlich, das war jetzt die letzte Keynote und wenn Tim Cook mit der neuen Produktkategorie des iPad Air mal dann, dann weiß ich auch nicht, was ich mit Apple tue. So, gut, ähm, reden wir jetzt über das iPad Air. Wie gesagt, Design vom iPad Mini, keine Golden Variante, kein Fingerscanner. Also gibt es den weißen, äh, silber, weiß, silber und ähm, space-grau. So, ähm, Prozessor ist der A7 mit dem M7 Cook-Prozessor, wie vom 5S bekannt, Kamera, 5 Megapixel Allzeit-Kamera. Nicht, wie erwartet, die Kamera vom 5S, so wie der Touch-Ide-Sensor auch nicht drin. Ähm. Ähm. Ja, dann, ja, also nun, also viel wurde natürlich nicht geändert, das Design eben schon. Und ja, Preis bleibt bei, äh, nein, also in Amerika bleibt es zwar 499 Dollar, aber ich habe hier im deutschen Apple Store gesehen, dass der hier nur 179 Euro kostet, wieder wie das iPad 3, das iPad 4, wo halt er 499 kostet. Und ja, dann noch eine weitere interessante Information, und zwar, ging es eigentlich immer in 100er Schritten hoch für jede Gigabatt-Machine. Jetzt, jetzt geht es beim iPad und beim iPad Mini, also beim iPad Air und iPad Mini, ähm, 3D-Display, in 90er Schritten. Das heißt, 16 Gigabatt kostet 479, 32 kostet 500, äh, 569 und 64 kostet dann 600, 950. Und 128 Gigabatt kostet 749, das heißt, wenn wir nur die 128 Gigabatt-Variante betrachten, dann ist das 50 Euro billiger als der Vorgänger, weil der Vorgänger kostete noch 799 Euro für die 128 Gigabatt-Variante, jetzt sind es halt noch 749. Also, ja, dann war es das auch schon, ähm, am 1. November wird es kommen, in vielen Ländern, vorbestellbar ist es wie beim 5S leider nicht, also man muss sich den wieder anstellen oder um, um, am 1. November bestellen. Ja, dann komme ich mal zum iPad Mini. Jo, das hat ein Retire-Display bekommen, selber Auffassung wie das iPad Air, aber, ähm, und dieselbe Pixelsicht wie das Mi5 5S, Jo, A7 und M7 Prozessor, 5 Megapixel Kamera, kein Touch-ID, die sind gleich, neue Farbe Space-Grow, ja, nichts Besonderes. Preis ab, ähm, ist leider teurer geworden, 489 Euro, und es geht natürlich in 90er-Schritten weiter bis 659 Euro für die 128 Gigabatt-Variante, die ist jetzt neu, ja, und viel Neues gibt es vom iPad Mini eigentlich nicht. Wann es kommt, ähm, später, November, haben die gesagt, genauen Datum, keine Ahnung, ja, dann überraschenderweise blieb das iPad 2 sogar im Programm für, äh, für 100 Euro billiger als iPad Air. Fand ich sehr überraschend, warum das noch da bleibt und, ähm, das iPad 3 oder 4 eben nicht, und beim iPad Mini bleibt die erste Generation auch behalten, äh, bei, behalten, behalten, ach, keine Ahnung, 400 Euro billiger. Gut, dann war's jetzt auch schon für diese Spätaufnahme hier, wir haben, also ich, haben hier, ich nehm das Ganze hier jetzt um fast 0 Uhr auf, ich finde mir echt leid, dass ich mich ein bisschen unmotiviert rede und so, ich bin auch ein bisschen müde, aber ich muss das jetzt machen, weil ich noch keine Zeit dafür, die für die Aufnahme habe und ihr natürlich diese News haben wollt. Jo, dann war's das auch schon, ich hoffe, ich hab nichts vergessen, ich überleg kann nochmal ein bisschen, aber ich denke, das war's auch schon. Jo, das sollte es auch schon gewesen sein. Oh, ähm, und gerade eben kam noch eine Nachricht, dass iOS 7.0.3, ähm, veröffentlicht wurde, also, ich glaube nur, war auf dem 5S, war auf dem iPod Touch, hab ich's nicht, und auf meinen iPhone 4 auch nicht, aber auf dem 5S, wahrscheinlich schon. Jo, dann... Übrigens denke ich, dass das Air irgendwas bedeuten soll, dass in Zukunft ein anderes iPad kommt, so ein iPad Pro oder so, also... Ja, ich denke, also ich denke, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass Apple ein anderes iPad noch rausbringen und den iPad Pro nicht oder so, keine Ahnung, iPad Air hat das schlechtere Modell wie bei den MacBooks, MacBook Pro, MacBook Air. Jo, dann war's das auch schon für dieses Video, für diese News. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Abo wäre nett und bis zum nächsten Mal und tschüss.